Wer nach Berlin kommt, stellt ziemlich schnell fest, wie weitläufig die Stadt ist. Die maximalen Ausdehnungen liegen bei 38 Kilometern Nord-Süd und 45 Kilometer Ost-West. Und wer einmal quer durch die Stadt laufen möchte, ist da schon mal zehn Stunden zu Fuß unterwegs. Mit 890 Quadratkilometern Fläche ist Berlin mit Abstand die flächenmäßig größte deutsche Stadt. Auf die Fläche würden München, Dresden und Hannover gemeinsam passen. Aber war Berlin schon immer so groß? Oder warum ist Berlin so groß? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Rost, professioneller Gästeführer in Berlin. Und in diesem Video werde ich ausführlich auf das Warum eingehen. Die erste Frage lässt sich relativ kurz und knapp beantworten. Nein, vor etwas mehr als 100 Jahren sah das noch ganz anders aus. Anfang 1920 hatte Berlin nur ein Dreizehnstel der heutigen Fläche, platzte aus allen Nähten und war umgeben von zahlreichen anderen Städten und Gemeinden. Wenn wir noch weitere 100 Jahre zurückgehen, also in das Jahr 1820, und uns Berlin anschauen, dann sehen wir, dass Berlin noch eine kleine, gemütliche Stadt mit etwa 200.000 Einwohnern war. Sie besaß einen Vierundsechzigstel der heutigen Fläche und man konnte in vier Stunden bequem einmal um die ganze Stadt herumspazieren. Den Weg konnte man auch nicht verfehlen, denn Berlin war von einer Stadtmauer umgeben mit 18 Stadttouren. Die stand noch bis in die 1860er Jahre, obwohl die Einwohnerzahl da schon auf etwa 700.000 angewachsen war. Daher gab es immer wieder Diskussionen umliegende Gebiete einzugemeinden. Aber erst durch einen königlichen Kabinettsbeschluss am 1. Januar 1861 wurde das Stadtgebiet Berlins erweitert. Durch Eingemeinungen der Vororte Moabit und Wedding, des Tiergartens sowie der südlich an Berlin grenzenden Ackerflächen von Schöneberg und Tempelhof, verdoppelte sich die Stadtfläche Berlins nahezu. 1862 gab es dann erstmals einen perspektivischen Bebauungsplan für die Umgebung Berlins, verfasst von dem preußischen Stadtplaner James Hobrecht. Der Plan wurde dann folgerecht Hobrecht-Plan genannt. Es sollte die Straßenführung und die Bebauung der Städte Berlin, Charlottenburg und fünf weiterer Gemeinden neu regeln. Hobrecht plante Ring- und Ausfallstraßen, und ihm ist auch zu verdanken, dass Berlin endlich eine zukunftsweisende Kanalisation und sauberes Wasser bekam. Und er plante für die wachsende Stadt und das Umland den Wohnungsbau. Um den historischen Stadtkennen herum entstand der sogenannte Mietskasernenring mit Stadtteilen wie Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Kreuzberg und so weiter. Dass sich die Lebensbedingungen in diesen neuen Wohngebieten nicht so entwickelten, wie Hobrecht sich das idealerweise vorgestellt hatte, ist ein anderes Thema. Zwischen 1867 und 1870 wurde dann die Akzesemauer endlich abgerissen und mit ihr fast alle Stadttoren. Mit der Reichsgründung wurde Berlin 1871 die Hauptstadt des Deutschen Reiches und 1877 lebten hier schon mehr als eine Million Menschen. Schon in 1830er Jahren hatte die Industrialisierung in Berlin begonnen, aber mit der rasanten Hochindustrialisierung seit Beginn der 1880er Jahre wuchs die Stadt zur größten und dynamischsten Wirtschaftsregion Deutschlands. 1900 hatte Berlin fast zwei Millionen Einwohner erreicht. Die Neuankommenden verdenkten sich meist als Fabrikarbeiter, Tagelöhner und Dienstbotinnen. Die kommunale Verwaltung, der Ausbau der Infrastruktur und der Wohnungsbau konnten da nicht mithalten. Die Folge war großes Elend. Ein Großteil der Berliner lebten feucht, dunkel, kalt, schmutzig, von Ungeziefer geplagt. In ein bis zwei Zimmerwohnungen, in denen jedes Zimmer mit fünf oder mehr Personen belegt war. Ohne Bad und mit Außentoilette, die sich manchmal bis zu 20 Haushalte teilen mussten. Krankheiten wie Cholera, Typhos, Tuberkulose waren der Alltag. Wer es sich leisten konnte, zog in eine der Nachbargemeinden, vorzugsweise in eines der vornehmen Villenviertel im Südwesten. Für die Industrieunternehmen wurde die Fläche von Alt-Berlin zu klein. Ab 1885 verlegten immer mehr Firmen wie Borsig, Siemens und AEG Teile ihrer Produktion in benachbarte Gemeinden. Im Zuge dieser Randwanderung entstanden neue Produktionsstätten westlich und östlich Berlins in Moabit und Lichtenberg, sowie zwischen Charlottenburg und Spandau in der sogenannten Siemens-Stadt. Diese Randwanderung erforderte einen Ausbau der Verkehrsverbindungen in und um Berlin, vor allem der Vorortschnellbahn. Im südlichen Umfeld Berlins entwickelten sich seit den 1870er Jahren die Gemeinden und Dörfer so stürmisch, dass eigene Stadtgemeinden entstanden. So 1877 Charlottenburg, 1899 Schöneberg, 1899 Rixdorf, das später Neukölln genannt wurde, und 1907 Deutsch-Wilmersdorf. In meinem Video zum Grunewaldturm bin ich schon einmal darauf eingegangen, auch was der Kreis Teltow damit zu tun hatte. Auf der Karte von der Provinz Brandenburg aus dem Jahre 1905 kann man Charlottenburg, Schöneberg und Neukölln gut als eigenständige Städte erkennen, auch wenn sie schon mit Berlin zusammenhängen. Auf der nächsten Karte sieht man die vielen verschiedenen Gemeinden und Städte um Berlin herum. Welche Folgen hatte diese Zersplitterung? Wie man sich gut vorstellen kann, erschwerte diese jegliche Planung. Um 1900 bestand bei den 151 Städten und Gemeinden im Berliner Raum ein Nebeneinander von 43 verschiedenen Gas-, 17 Wasser- und 15 Elektrizitätswerken, weil nahezu jede Gemeinde ihr eigenes System angelegt hatte. Kommunale Anarchie nannte das ein Berliner Lokalpolitiker. 1912 existierten 16 verschiedene Straßenbahnbetriebe, die Tarife wurden erst 1918 vereinheitlicht. Da war es schon schwer, von Berlin-Mitte nach Schöneberg zu kommen. Während der Tegeler See Berlin als Trinkwasserreservoir diente, leiteten die Gemeinden Reinickendorf und Tegel ihre Abwässer in den See hinein. Politisch und verwaltungstechnisch herrschte um 1900 im Großraum Berlin eine ausgeprägte Kleinstaaterei, ein enormes Hindernis für eine weitere Entwicklung. Zwischen 1890 und 1915 sind um Berlin herum 17 prächtige Rathäuser erbaut wurden, um die Unabhängigkeit der jeweiligen Gemeinden zu unterstreichen. Um dieses Chaos zu beenden, gab es seit 1890 immer wieder Anläufe des Berliner Magistrats, Eingemeindungen zu vollziehen. Aber sowohl die großen Umlandgemeinden wie Charlottenburg und Schöneberg lehnten das ab, wie auch die preußische Regierung in Potsdam. Die großen Vorstädte fürchteten finanziell in der Einbußen, sie wollten einfach nicht die Sozialausgaben für die Arbeiterwohnbezirke mittragen. Und die konservative preußische Regierung fürchtete eine Vergrößerung Berlins, weil dort die SPD und Gewerkschaften relativ stark vertreten waren. Als Kompromiss wurde 1912 mit dem Zweckverband Großberlin ein lockerer Verbund ins Leben gerufen. Im Zweckverband waren die Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Wilmersdorf, Rixdorf, Neukölln, Lichtenberg und Spandau sowie die Landkreise Teltow und Niederbarnim zusammengefasst. Seine Aufgaben waren allerdings begrenzt. Es ging um die Koordination von Bebauungspläden, eine abgestimmte Planung des öffentlichen Schienenverkehrs und den Erwerb und die Erhaltung größerer Wälder und Grünflächen. Zumindest gelang es unter anderem im Grunewald anzukaufen, wovon wir heute noch profitieren, und das Straßenbahnsystem wurde vereinheitlicht. Ohne ein einschneidendes Ereignis wäre dieses Klein-Klein wohl noch lange weitergegangen. Erst durch die Folgen des Ersten Weltkriegs und seine bitteren Begleiterscheinungen für die Menschen waren größere Veränderungen möglich. Angesichts der Lebensmittelknappheit mussten zur Bekämpfung von Mangel und sozialer Not viele Maßnahmen ergriffen werden, die über die Stadtgänzen hinweg gingen. 1916 wurde die Großberliner Brotkarte eingeführt. Damit verbunden waren die Gründungen des Lebensmittelverbandes, die Schaffung einer zentralen Preisprüfungsstelle und des Kohlenverbands Großberlin. Dies waren also Vorformen gemeinsamer Verwaltungsstrukturen, die aus der Not geboren waren. Für alle sichtbar waren diese Einrichtungen durchaus effizient, was den Befürwortern eines Großberlinen zusätzliche Argumente lieferte. Nach Kriegsende kam dann eine grundlegende politische Machtverschiebung durch die Novemberrevolution 1918 hinzu und am 26. Januar 1919 fand die Wahl zur preußischen Landesvertretung statt. Die erste Wahl nach allgemeinem, gleichem und geheimem Wahlrecht. Die SPD wurde mit 36 Prozent die stärkste Kraft. Hauptaufgabe dieser Landesversammlung war die Erstellung und Verabschiedung einer Verfassung für Preußen, aber sie war auch für die Neuordnung der Städte und Gemeinden zuständig. Jetzt war so endlich die Bildung einer Großgemeinde Berlin möglich. Allerdings wurde um die Ausformung lange und heftig gestritten. Auf der einen Seite waren die SPD, KPD und Teile der liberalen DDP, die eine Einheitsgemeinde befürworteten mit einer relativ zentralen Regierung und zentralen Verwaltung. Und auf der anderen Seite standen die konservativen Kräfte, die eher eine Gesamtgemeinde einen lockeren Zusammenschluss aller befürworteten. Die Befürworter einer strafferen Einheitsgemeinde verfügten in der Stadtverordnetenversammlung und in der preußischen Landesversammlung allerdings nur über eine knappe Mehrheit. Und um eine Konsenslösung zu finden, mussten Kompromisse geschlossen werden. Die zukünftigen Stadtteile erhielten daher eine weitgehende unabhängige Verwaltung, mit Bezirksämtern und mit Bezirksversammlungen. Den Juristen war damals schon klar, dass da dringend nachgebessert werden müsste, was allerdings nie geschehen ist. Und das führt bis heute zu Kompetenzwirrwer und zu den beliebten Behördenpingpong. Ein Name muss unbedingt genannt werden, wenn man über die Entstehung von Groß-Berlin spricht. Adolf Wermuth, Oberbürgermeister Berlins von 1912 bis 1920. Ohne seine beharrliche Art bei den sich über Monate hinziehenden Gesprächen, die schließlich zu einem mehrheitsfähigen Kompromiss führten, wäre die Bildung Groß-Berlins wohl nicht gelungen. Geboren 1855 in Hannover hatte Wermuth vor seiner Berliner Amtszeit eine Beamtenlaufbahn hinter sich und hohe Staatsämter auf Reichsebene bekleidet. Er war unter anderem für die deutschen Beiträge zu den Weltausstellungen in Melbourne und Chicago verantwortlich und wurde 1909 Staatssekretär im Reichsschatzamt, heute entspräche diese Position der des Finanzministers. Nach Differenzen mit Kaiser Wilhelm II. über die Finanzierung des Flottenausbaus reichte Wermuth 1912 seinen Rücktritt ein und wurde vom Kaiser in Gnaden entlassen. Wermuth ist mit seiner Familie dann erstmal in Urlaub gefahren, aber nach zwei Monaten wurde er, der Zeit seines Lebens keiner politischen Partei angehörte, angesprochen, ob er nicht das Amt des Berliner Oberbürgermeisters übernehmen wolle. Er hat kurz gezögert und überlegt, ob er mit 57 Jahren noch in der Lage sei, sich in die ihm unbekannte Kommunalpolitik einzuarbeiten, aber sein Schaffenstrang war wohl doch so groß, dass er zugestimmt hat. Gewählt wurde er mit den Stimmen der konservativen Parteien. Die SPD, die Sozialdemokraten haben sich enthalten und es gab eine Gegenstimme. Und er hat Berlin dann durch eine ihrer schwersten Phasen geführt. Es gab viele soziale Probleme, es folgte der Erste Weltkrieg, die Revolution, es gab eine Hungersnot und die spanische Grippe. Von Anfang an hat er klargemacht, dass eine Schaffung von Groß-Berlin als einer Stadt sein Ziel war und er hat acht Jahre intensiv darauf hingearbeitet. Entscheidende Unterstützung erhielt er am Ende von Alexander Dominikus, dem Oberbürgermeister von Schöneberg, der der Deutschen Demokratischen Partei angehörte. Am 27. April 1920 verabschiedete die verfassungsgebende Preußische Landesversammlung dann das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin. Den Begriff Groß-Berlin hat man aus taktischen Gründen bewusst vermieden, auch wenn es sich eigentlich genau darum handelte. Das Abstimmungsergebnis war ausgesprochen knapp. Es gab 164 Stimmen dafür und 148 Stimmen dagegen bei fünf Enthaltungen. Es brach auch kein großer Jubel aus. Wahrscheinlich waren wir froh, überhaupt zu einem Ergebnis gekommen zu sein, nachdem zwei Abstimmungen zuvor gescheitert waren. Und am 1. Oktober 1920 trat dann das neue Gesetz in Kraft und Groß-Berlin wurde gebildet. Gebildet wurde Groß-Berlin aus Alt-Berlin, den sechs kreisfreien Städten Lichtenberg, Schöneberg, Wilmersdorf, Charlottenburg, Neukölln, Spandau und Köpenick. Hinzu wurden aus den umliegenden Kreisen 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirke eingemeindet. Das neue große Berlin wurde in 20 Bezirke eingeteilt, die wie gesagt eine recht umfangreiche Selbstverwaltung bekam. Aus Alt-Berlin wurden die inneren sechs Bezirke und viele andere Bezirke wurden nach den ehemaligen Städten benannt. Mit der Schaffung Groß-Berlins zum 1. Oktober 1920 hat Berlin seine Einwohnerzahl über Nacht verdoppelt und war damals mit 3,8 Millionen Einwohnern die drittbevölkerungsreichste Stadt der Welt nach London und New York. Und die Fläche hat sich sogar vor 13 facht und mit 878 Quadratkilometern war Berlin nach Los Angeles sogar die zweitgrößte Stadt der Welt. Also Berlin war damals wirklich bedeutend und eine Metropole mit Weltruf. Bis zu den sogenannten goldenen Zwanzigern sollte es aber noch einige Jahre dauern. Das ist dann aber Thema eines späteren Videos. Noch ein Nachtrag zu Adolf Wermuth. Sein Wirken und seine Bedeutung für Berlin waren lange Zeit in Vergessenheit geraten. Zwei Anträge auf ein Ehrengrab Berlins wurden abgelehnt und nach ihm wurde auch nur ein abgelegener 500 Meter langer Weg benannt. Da er keiner politischen Partei zugehörig war, hat sich wahrscheinlich keiner mehr darum gekümmert. Zu 100-Jahr-Feier Groß-Berlins 2020 hat man sich seiner dann aber doch erinnert. Mit dem Ehrengrab hat es geklappt und neuerdings gibt es sogar eine Adolf-Wermuth-Allee. Falls dir mein Video gefallen hat, kannst du meinen Kanal gern abonnieren oder ihn weiterempfehlen. Ich freue mich auch sehr über Rückmeldungen und Kommentare und falls du die Arbeit an der Entwicklung des Kanals finanziell unterstützen möchtest, kannst du das auch gerne tun. Die Links dazu findest du in der Kanal- und Videobeschreibung. Herzlichen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao!